Das war Peter und der Wolf, ein großartiges musikalisches Märchen, was ich als Kind rauf und runter gehört habe. Meine Großmutter hatte die Schallplatte und hat sie mir dann später auch gegeben. Erst später wurde mir bewusst, dass sicherlich auch meine Art Musik zu hören oder Musik zu machen, maßgeblich mit beeinflusst hat, denke ich, wie man jedes einzelne Element wahrnimmt und auch Elemente zusammenführen kann oder eben auch als DJ unterschiedliche Stücke miteinander verbinden kann. So, der nächste Clip ist ein Kurzfilm zu einem Stück von meinem zweiten Album. Das Stück heißt Seduction. Ich würde sagen, schaut euch den Clip jetzt einfach mal an.